SCB 60 Seconds Lausanne, Bil und Fribourg, Cotteron. Leonardo Cennoni und Eric Blum zu den Spielen dieser Woche. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Woche. Es sind sehr intensive Matches, es ist eine Welsche-Woche sozusagen. Wir spielen gegen drei Teams, die damals sehr grosse Matches machen. Es wird wichtig sein, es wird intensives Spiele sein. Ja, es ist eine weitere wichtige Woche für uns. Wir haben fast jede Woche diese Saison. Es sind gute Mannschaften, die auf uns werden treffen. Verfolgen-Mannschaften, die an der Spitze den Anschluss nicht verlieren wollen. Für uns gilt es durch den Abstand mindestens zu vergrössern. Im Moment sind es extrem viele Playoff-mässige Spiele, die wir hier haben. Das erwarte ich auch diese Woche. Und nicht verpassen am Mittwoch von halb 3 bis halb 5 Uhr Schlag den Cennoni auf der Kunst-Ein-Spahn auf dem Bundesplatz. Kommt vorbei, der Mittwoch bei Schlag den Cennoni. Holet euch ein Autogramm und führet mich an. Ja.